Diese hier angebotene sanierte Einzimmerwohnung ist ab Juli 2016 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Frankfurt-Griesheim. Das Objekt befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 48 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 780 Euro pro Monat. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020